Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren. Diesen Antrag hatten wir in ähnlicher Form bereits bei der vergangenen Landtagssitzung und schon damals habe ich darüber informiert, dass es weder sinnvoll noch möglich ist, wegen des Versagens einer Windkraftanlage alle anderen im Land dafür haftbar zu machen. Herr Borschke züchtet und sammelt jetzt Listen in seinem tiefen Hass auf die Windkraft getrieben. Ich bin mal gespannt, wann wir bei 600 sind oder bei 6.000. Die Sprache spricht für tiefen Hass, Herr Abgeordneter. Die Sprache ist nicht mehr geprägt von einer sachlichen Auseinandersetzung. Ich hatte Sie schon beim vergangenen Mal darüber informiert, dass es weder sinnvoll noch möglich ist, wenn Sie alle Windkraftanlagen im Land dafür haftbar machen, wenn eine in der Tat Schwierigkeiten bereitet, gegen die wir vorgehen. Anlagen vom selben Typ wie die der herbarierten Anlage im Windpark Rako bei Süderholz stehen nur noch in einem Windpark, nämlich in Bütho-Zepko im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Und wir werden gemeinsam zur Kenntnis zu nehmen haben, auch wenn Ihnen die Vorstellung wahrscheinlich ganz schwer fällt. Diese 32 Anlagen drehen sich bisher vollkommen störungsfrei. Und es gibt auch keinerlei Anzeichen, dass dort Defekte ähnlich wie die im Windpark Rako auftreten können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir leben zum Glück, ich zum Glück, ob Sie mir zustimmen, bin ich an der Stelle nicht sicher, in einem Rechtsstaat. Und in diesem ist auch Eigentum geschützt. Und ich hoffe, dass zumindest größere Teile dieses Hohen Hauses mir beipflichten. Das ist auch gut und richtig so. Für bauordnungsrechtliche Maßnahmen wie der Aufforderung zur Stilllegung eines Windparks bedarf es hieb- und stichfester Gründe in einem rechtsstaatlichen und vor allem in einem willkürfreien Verfahren. Im Falle eines Windparks kann die untere Bauaufsichtsbehörde auf Grundlage der Landesbauordnung die Nutzung von Anlagen untersagen, wenn diese im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften stehen. Mensch, wenn Sie zuhören würden, dann könnten wir uns auch an der Sache streiten. Das wäre leichter, Herr Boschke. Sie erwarten doch von mir auch, dass ich zuhöre. Zu diesen Regelungen zählt im Übrigen auch der § 12 der Landesbauordnung, der über die Standsicherheit von Windenergieanlagen entsprechende Anordnungen trifft. Aber alle diese Regelungen erfordern klare Erkenntnisse, die einen solch weitreichenden Eingriff des Staates rechtfertigen. Da geht es nicht um Bauchgefühl, da geht es nicht um Vermutung und da geht es erst recht nicht, so schwer Ihnen das fällt, um politische Treibjagdinstinkte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich gerne wiederholen. Es liegen uns keinerlei Anratspunkte vor, dass von den Anlagen vom Typ D-Wind D4-48600 in Byto-Zepco eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Um das mal zu übersetzen, es werden nicht alle Fahrzeuge einer gewissen Marke stillgelegt, weil ein Fahrzeug dieser Marke in einer Fahrzeugflotte erhebliche Schwierigkeiten bereitet hat. Denn das Versagen kann typenbezogen sein, das ist ja Ihre These und Sie sagen einfach, meine These ist richtig. Aber so ist es im Rechtsstaat nicht. Da sagt nicht einer, es ist richtig, sondern wir machen es an Tatsachen fest. Ihre Überzeugung ist, das Versagen ist typenbezogen. Es kann aber genauso gut nutzerbedingt sein. Bei dem, dem wir die Anlage stillgelegt haben und bei dem eine Anlage schon versagt hat, ist momentan nicht ganz so erheblich ordnungsrechtlich, ob er es verbockt hat oder der Anlagenhersteller. Aber wir sagen, egal was es war, deine Anlagen sind in einer von beiden Fällen auf jeden Fall ein Problem. Wenn ich aber einen dritten an die Kantare nehme, bei dem noch nichts passiert ist, da muss ich eine hinreichende Gewissheit haben, dass es an dem Anlagentyp liegt. Denn ich werde dem kaum vorwerfen können, dass er im Zweifel als Nutzer irgendwas falsch gemacht hat. Denn es ist gerade ein anderer Nutzer und Betreiber als der, von dem wir als Problemnutzer geredet haben. Und bei Windkraftanlagen kommt es zudem darauf an, ob denn der Fehler, wenn er vorliegt, in der Windkraftturbine, also dem Ding, was in der Gondel steckt, liegt oder im Turm. Oder ob die Kombination aus einem Turm mit einer Gondel ein Problem ist, im Übrigen eine Untersuchung, die beim havarierten Windkraftanlagentyp besonders angeguckt wird. Oder ob wir einen Pflege- und Wartungszustand haben, der einen Schaden auslöst, weil unzureichend Betreiberpflichten erfüllt worden sind. Und genau das verlangt der Rechtsstaat, dass wir das einem Betreiber zurechnen können. Dass wir dafür Anhaltspunkte haben, wenigstens Anhaltspunkte, die als Tatsachen ausreichend sind, zu sagen, da gehen wir jetzt ordnungsrechtlich vor. Daher fehlt es in unserem Fall des anderen Windparks an einer Rechtsgrundlage zum Erlass einer Stilllegungsverfügung. Eine Stilllegung würde einen Eingriff in Artikel 14 des Grundgesetzes bedeuten, der in der Bundesrepublik Deutschland das Eigentum besonderem Schutz unterwirft. Ein solcher Eingriff kann übrigens, wenn er rechtswidrig erfolgt, einen erheblichen Schadensersatzanspruch des Windparkbetreibers auslösen. Um das mal konkret zu übersetzen, weisen wir als Landesregierung die untere Bauaufsichtsbehörde des dortigen Landkreises an, in dem sich die Anlagen befinden, stillzulegen. Und wird dann hinterher ein Gericht zu einer anderen Entscheidung kommen, dann wird sich die untere Bauaufsichtsbehörde, wenn sie in Ersatzpflicht genommen wird, und dann reden wir über erhebliche Schäden pro Tag finanzieller Natur, diesen bei der Landesregierung wiederholen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihrem Antrag kann zurzeit niemand folgen, der an Recht und Gesetz gebundenen Verfahren für richtig hält. Und für die Landesregierung steht fest, wir schränken Grundrechte unserer Bürgerinnen und Bürger, aber auch unserer Unternehmen nur so weit ein, wie es innerhalb der rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen möglich ist. Und genau die haben wir durchgeprüft, das haben die Kolleginnen und Kollegen aufmerksam, ordentlich und vertieft getan. Und Sie werden sicherlich nicht vom Landtag verlangen wollen, dass der Landtag uns und die untere Bauaufsichtsbehörde zu einem Rechtsbruch auffordert. Es bleibt an der Stelle bei meiner Antwort aus der letzten Sitzung. Erstens, die zuständigen Behörden haben gründlich geprüft. Und das sind nicht wir, sondern das sind untere Bauaufsichtsbehörden. Die sind dann auch personengetrennt, sind andere Behörde, denen vorzuwerfen. Sie hätten jetzt in meinem Sinne als vielleicht Windkraft-affine Minister entsprochen, kann man kaum unterstellen. Die zuständigen Behörden haben sich angesehen, was wir wissen. Und sie haben sich angesehen, was unsere Gesetze auf dieser Erkenntnisgrundlage an Eingriffsbefugnissen zulassen. Und die Behörden mussten dabei feststellen, dass unsere Erkenntnisse im zweiten Windpark, in dem noch nichts haveriert ist und hoffentlich auch nichts haverieren wird, in diesem zweiten Windpark, dass es keinen Anlass gibt, den dortigen Betrieb zu untersagen, weil die gesetzlichen Grundlagen und die verantwortenden Erkenntnisse nicht ausreichend sind, um das zu tun. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe heute Morgen schon gesagt, dass ich viel Verständnis habe, wenn man unterschiedliche Meinungen hat. Und Sie werden mir auch in der Regel einen Verfechter finden, das offen auszutragen, immer natürlich ausgetragen mit dem wechselseitigen Respekt, Gegenstand der gestrigen Aktuellen Stunde. Ich kann mir aber auch vorliegend wieder, wie schon heute früh, nicht des Eindrucks erwehren, dass es hinter dem Antrag auf der Metaebene um etwas völlig anderes geht. Es geht um eine tiefe Ablehnung der Energiewende. Und auch das ist im politischen Wettstreit, habe ich heute Morgen auch schon gesagt, nichts Ehrenrühriges. Aber da muss man auch genau das zum Antrag machen und sich über das streiten, wo man eigentlich streiten will. Dann muss man sich aber auch den Argumenten stellen, denen man dann ausgesetzt wird. Und noch mal wiederholt, dann redet man über die Frage Klimawandel, ob man ihn bekämpfen will oder nicht. Ob man den Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie, der Kernspaltung zur Stromerzeugung möchte oder nicht und die Folgen dann auch gemeinsam trägt. Und man wird die eigenen Alternativen benennen und die kritische Auseinandersetzung anderer mit eben diesen Alternativen aushalten müssen. Da habe ich ja wiederholt zu eingeladen, ich höre immer noch ganz, ganz offen zu, bin ganz ohr, da mal tatsächlich nachvollziehbare Alternativbenennungen zu hören, wo der Strom aus den Steckdosen, da kommt der nämlich nicht ursprünglich her, wo der eigentlich daherkommt, damit er da hineingerät. Und dann drehen sich die Diskussionen sehr schnell gegen jene Gegner der Energiewende und der Windkraft, die mit guten Gegenargumenten sich momentan wegduken, aber eben nicht sagen, was sie wollen. Und dann sucht man auch gerne, das ist mir klar, wenn man weiß, dass das so eine blöde Situation bringt, weil man eigentlich bei einer Mehrheit der Bevölkerung eher auf Widerstand stoßen wird mit seiner Kritik, wenn man sagt, was man stattdessen möchte, dann kommt man nämlich zu Ergebnissen, die vielen Menschen nicht gefallen werden. Dann sucht man gern nach einer vermeintlich moralisch durchsetzungsfähigeren Kritik an dem, was man dort nicht möchte. Und dann macht es total verlockend wirken, wenn man glaubt, einer unzweifelhaft klimafreundlichen Technologie wie der Windkraft möglichst große Unsympathie anheften zu können. Und dann sind so Dinge wie gesundheitsschädlich, dann sind so Dinge wie die Kippen immer um, natürlich wunderbare Versuche, Emotionen von Menschen zu erreichen, damit man sie gegen etwas wenden kann, ohne eine Alternative nennen zu müssen. Dafür ist es aber ungeeignet, ein Einzelfall, der unstreitig, nochmal, klare Konsequenzen im betroffenen Windpark erfordert und auch bekommen hat, dass so ein Einzelfall durch wiederholte Antragstellungen, wie sie hier versucht werden, indem man das dreimal innerhalb von anderthalb Sitzungszyklen dreht, dass man versucht, ein Einzelfall zum Massenphänomen hochzustilisieren. Sie können sich alle Mühe der Welt geben. Atommüll bleibt für die große Mehrheit der Menschen eine erschreckend abschreckende Alternative, die eben keine Alternative ist. Und die Menschen wissen, dass ein Einzelfall keinen Generalverdacht gegen alle anderen begründet. Ein Einzelfall, der zudem im betroffenen Windpark längst zu den gebotenen Konsequenzen der Ordnungsbehörden geführt hat, gerichtsfest geführt hat, auch in dem entsprechenden einstweiligen Rechtsschutzverfahren, haben wir das Verfahren durchgestanden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin auf die gleichlautenden Anträge unter dem Motto und täglich grüßt das Murmeltier der nächsten Landtagszyklen gespannt zu dieser Frage. Für heute darf ich mich aus dieser Diskussion nicht verabschieden, sondern zunächst aus dem Zuhören- oder in die Zuhörerrolle begeben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich bin mir sicher, das Thema wird uns noch häufiger begleiten. Vielen Dank und viel Erfolg.